So, Hallöchen und wieder zurück hier zu MadGames Tycoon 2. Da ist was dran. Oh. Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Ich kann das ruhig jetzt weg. Das war's für heute. Das wird mich jetzt zu teuer. Dann packen wir hier den Programmierer rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Wir forschen trotzdem nach wie vor weiter. Das war's für heute. Ihr macht da bitte eine Marktforschung. So, um... Ein Lagerraum. Ein WC. Ein Offenthaltsraum. Ein Offenthaltsraum. So, dann können wir jetzt auch... ins Publishing eintragen. Spiel entwickeln. Eine Fortsetzung. We're going soon. 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 Okay. Okay. We're going soon. dashaus russ portной s das raus 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 wobei FK machen wir rein. Wo war das denn jetzt? Publishing Angebote. Machen wir was schönes, was haben wir denn da? Um Bungie, Drug Racing Evolution 2. Drei Sterne, geschätzte Qualität. Okay, machen wir das. Machen wir. Die Standard Edition kostet 25$, die Deluxe Edition 35$ und die Collector Edition 45$. Die Standard Edition bekommt die Spielanleitung kollegiert, die Deluxe Edition bekommt die 3 Sachen Poster auf der Blockkarte der Spielwelt und die Collector Edition bekommt alles inklusive Sammelfigur. Nächste Woche. Jawoll! Spiel produzieren. Spiel produzieren. Spiel produzieren. Spiel courte. Spiel produzieren. Spiel produzieren. Spiel produzieren. Spiel produzieren. Vielen Dank. 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 Ich liebe dich. Ich liebe dich. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. Nice one. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ah... Vielen Dank. So, ähm... Die C-Replay-Funktion. Diese Funktion erlaubt es, eine Spielaufzeichnung anzurehen. Cool, mach mal. Ja? 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 Ja, wir sind ein angesehenes Spielstudio. Oh... Ja? 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 Hier sind sie wirklich nicht ganz so teuer. Alter, Wingshuhn geht ab. Bild der Spiele hier. Remedy! Kleine Umbauarbeiten gemacht. Oh! Ich glaube eher weniger. Mhm. Okay. 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 Wie es weiter geht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bin raus. Euer Zockerpad. Ciao mit V. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich bin raus.